Es ist nicht mein Job, vor den Medien zu sein. Ich wollte Pilotin werden. Ich wäre lieber heute geflogen, aber ich finde es schön, dass sie so viel Interesse haben über unsere Arbeit hier in der Schweizer Luftwaffe. Bis im Jahr 2004 war es nicht erlaubt, für Frauen alle Kampffunktionen im Militär zu machen. Und ich denke, das ist ein von den Gründen. Und auch, dass die obligatorische Pflicht für das Militär noch für Männer ist. Ich glaube nicht, dass es Zeit kommt.